Hallo, ich bin Lena Oberdorf und ich zeige euch, was in meinem EM-Koffer nicht fehlen darf. So, da halten wir als erstes Fußballschuhe. Natürlich super wichtig, wenn du in der EM spielen willst. Es sind gerade die neun, ich habe sie mir ein bisschen anfertigen lassen und habe die Initialen von meiner Familie drauf geschrieben. Also von Papa, Mama, Bruder, Schwester und natürlich Hund, darf auch nicht fehlen. Und dann hoffe ich, dass ich damit eine gute EM spielen werde. Auch wichtig, Schiemannschoner, ebenfalls angefertigt. Habe ich auf der einen Seite hier einfach meinen Namen und ein paar Bilder von mir, dass man auch weiß, zu wem die Schiemannschoner gehören. Auf der anderen Seite habe ich einen Spruch drauf drucken lassen und der heißt, it's not over when you lose, it's over when you quit. Und der soll mich einfach ein bisschen begleiten auch über das Turnier oder auch schon die letzten Jahre, weil ich es einfach extrem wichtig finde, einfach immer weiter zu machen. So, als nächstes haben wir iPad und Handy, was natürlich auch nie fehlen darf. Gerade das Handy einfach in Kontakt zu bleiben mit meinen Freunden, mit der Familie oder auch mal auf Insta unterwegs zu sein. iPad auch extrem wichtig, gerade für lange Fahrten, wenn man einfach mal Netflix anschmeißen will, wenn die rechts und links von dir einfach nur schlafen. Ja, deswegen beides auch sehr wichtig für mich. Dann natürlich zur Sommer-EM darf natürlich eine Sonnabrelau nicht fehlen. Habe ich mir letztens zu Hause geholt. Ja, einfach extrem wichtig, gerade wenn man mal ein bisschen rausgehen will, wenn man ein bisschen Freizeit hat, auch immer dabei. Ja, dann auch immer dabei ist ein Bild von meiner Familie, auch mit Hund. Ich glaube, das war das erste Mal, dass wirklich alle zu Hause waren, nachdem wir ausgezogen sind. Und ja, ich finde es einfach extrem wichtig, dass das Hotelzimmer ein bisschen, ja, ein bisschen familiärer sich anfühlt. Gerade auch, wenn man ein Bild dann aufstellt, dann fühlt man sich einfach ein bisschen mehr verbunden, ja, mit zu Hause. Kommen wir zu dem kleinen Kerl hier. Eigentlich wollten wir einen großen haben, nämlich Svendis und den Wilms. Wir waren auf der Kirmes und da wollten wir eigentlich einen großen von denen gewinnen. Hat dann leider nur zum Kleinen gereicht, aber ja, seitdem immer dabei und soll einfach ein bisschen Support geben. Ja, und das waren auch schon meine Sachen, die bei der EM nicht fehlen dürfen. Ich hoffe, der eine oder andere Lacher war dabei und es war interessant und wir sehen uns beim nächsten Mal.